Jo, Sektorordnung, wir wollen weiterspielen. Ja, ich habe tatsächlich gestern, nachdem ich den Stream ausgemacht habe, habe ich mir so gedacht, boah, ich hätte voll Bock auf noch eine Runde so. Und dann habe ich mich irgendwie so geärgert, weil wir haben ja extra früh ausgemacht. Und ich habe ja so gesagt, ach komm, weiter brauche ich nicht. Aber doch, doch, irgendwie schon. Ja, ich sehe gerade, wir haben mit dem noch gar keinen Schlüssel. Ich glaube, den hatten wir noch gar nicht, ne? Den Schirm, den würde ich auch gerne benutzen. Das frage ich mich ja. Das könntest du mir zum Beispiel sagen, wenn du noch zuerst, Chaos. Ich kann dann ab der Stufe theoretisch weitermachen, wo ich aufgehört habe, oder? Ich bin sogar im Überlegen, ob wir den Doppelten mal nehmen nochmal. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir auch. Das lief ja eigentlich ganz gut damit. Das wäre also die erste Runde. Ja, übrigens, die YouTube-Videos, die kommen halt, wie gesagt, jeden Tag um 16 Uhr auf YouTube, auf der Bass. Und ja, jawohl, passt bloß auf, Ordnung, bald gibt es dann den Kragen. So, Bewegungsspeziallade. Fülle die Spezialanzeige beim Bewegen. Das wäre schon mal gut. Reichweitehauptwaffe wäre auch sehr gut, weil die ist gerade nicht so geil. Ja, ich würde das Ganze sogar eher machen. Moment, was ist passiert? Hier, äh, hier gab es gerade etwas Hintergrundgeräusche. Ähm, ich habe gerade gesagt... Ich habe gerade gesagt, ähm... Also, das kannst du mir gerne beantworten. Oh Gott, was war das denn? Ähm, wegen den Leveln und sowas, ne? Ich habe ja welche, die habe ich ja noch nicht zu Ende geschafft. Was passiert, wenn ich die halt... Ja, wie soll ich sagen? Was passiert, wenn ich die halt nochmal starte? Kann ich die dann vom Punkt, wo ich dann aufgehört habe, weiterspielen? Oder wie ist das? Nein! Ach, ich kann da doch hoch. Ich dödel. So. Trotz 947, okay. Hm, genau, da haben wir das nochmal. Super. Nehmen wir direkt mit. Das habe ich selber noch gar nicht ausprobiert, aber ich nehme mal an, dass du startest, dann auf der Ebene, auf der du aufgehört hast und kannst eine neue Stage wählen. Okay. Also hast du auch immer nur neue Waffen ausprobiert, sozusagen. Weil das ist jetzt auch im Prinzip eine neue Waffe. Also würde ich mir, wie gut das malen Waffe. Die sind das. Ja, das ist schon mal. So. All right. Das ist schon mal. Okay. Ich löne das, was du auch über das, ich soll. Okay. Oh, okay. Also, ich bin mir wieder. Dann bin ich wieder. Okay. So. Okay. Und dann bin ich wieder. Okay. Ich bin mir wieder. Hier bin ich, da. Ich bin wieder. Und dann bin ich wieder. Ich bin wieder. Er, bin wieder. Ich bin wieder. Oh, ich bin wieder. Da bin ich bin. Also, ich bin wieder. Ich finde das ist ja schon krass, dass Leute irgendwie am ersten Tag das Spiel durch hatten Ich hatte sogar jetzt für den mittendrin Neustart und ich habe dann immer die ganz vorne im Lauftrag Ah, okay, okay, also man kann beides machen, okay, das wollte ich nur wissen Aber man kann halt auch von vorne anfangen, ist klar Aber theoretisch müsste man das mit jeder machen, um jeden Schlüssel halt zu haben, ne? Weil ich bin auch ein bisschen so perplex mit diesen ganzen Perlen und sowas Weil gibt es davon nur eine bestimmte, also nicht verraten, aber da frage ich mich halt doch, in welchen Richtung das geht Also ich frage mich, wo das Ende ist Ich will es nicht wissen, nicht verraten, überhaupt nicht, aber ich frage mich so, ähm, wo, wo Weil bei den anderen Dingern, du spielst ja halt so lange, bis du halt das Ende siehst Und hier frage ich mich halt, wie, ne? Also ich frage mich selber Deswegen, also nicht, dass ich eine Antwort irgendwie suche Ich will das ja selber rausfinden Lässt deine Hauptwaffe getroffene Gegner von dir wegstoßen Drohnen-Klickso Ich will diese Bombe nicht Ja komm, nehmen wir das mal Das Neustand, wo du gestorben bist, kostet ja auch ein paar hundert Punkte Ja Aber ich probiere jetzt erstmal weiter mit den Waffen, die ich schon hab Äh, also wo die ich noch nicht gemacht hab Und dann werde ich erstmal weiter gucken Ich glaub, das wär so das entspannteste, was man machen kann So, wir sind halt direkt in dem einfachsten Level gefühlt Gefühlt Weil wir's schon geschafft haben Deswegen hab ich, wenn nicht, dann wieder von vorne gestartet Äh, weil ich die Pin halt für anderes ausgeben wollte Ja Ne, seh ich genauso Ja, aber mal gucken Ermöglicht Pöller Drohne Heuburien anzusitzen Ja, her damit Nehmen wir direkt Extra ausweichen Cool Aber genau, das wollte ich haben Ich wollte die Heubur hier haben Die Drohne find ich sogar echt stark Wenn die halt gut arbeitet So, easy Hatte ich auch noch nicht, das Level Also in diesen Ausmaßen halt Okay Möchst die Perle Drohne Heuburien noch mal So, das nehmen wir direkt Schön, schön Ich find die T-Tenfern Nur noch dort stärker Vor allem kombiniert mit ordentlichen Drohnen Ladungsschips Die Spam die Dinger weg Ist unglaublich Hatte ich noch gar nicht Ich hatte bis jetzt nur Heuburie und diese Bomben Und die Bomben find ich halt absolut bescheuert Deswegen Weil die Bomben hab ich jetzt bis jetzt noch nichts Positives erlebt Oh Das lief nicht so, wie ich wollte Naja Das will nicht so, wie ich wollte Ja Gut Und geschafft Schön, schön Achso, es wird halt wirklich mal einfach am Anfang Okay, ich nehm auch die einfachen Level gerade Also mal sehen Lass uns weiter machen, Nummer 8 Ja Bevor es losgeht, eine Sache noch Die Daten aller gekämpft werden den Viskeloiden Werden automatisch im Viskeloid-Lightfahren erfasst Ja, das wissen wir ja Darin befinden Notizen über Verhalten Und über die Schwachstände der Gegner Drück einfach Minus Ja Schön Lenkwirkung Drohnen Heuburie noch mal erhöht Und Bonus Erhöht die Dauer eines Glückskombo Die Länge, die kommen noch und so Wahrscheinlich sind die ein da Aber Bonus Wäre eigentlich nicht schlecht, ne Was war nochmal ein Bonus? Äh Bei so einer türkisen Farbschip Übersättigung Merkt man, wie stark die Drohne sein kann Eigentlich wäre ja diese Dann gar nicht schlecht, ne Ja komm, ich nehm die auch direkt Besser als besser Okay Ja Zonen beschützen ist ja auch immer recht easy Besonders wenn das um sowas geht Irgendwie ist ja noch nicht viel los Soß Ist ja auch gleich noch erfüllt Ah Den kann ich überhaupt nicht leiden Krass, wird die schon angeschwächt werden Aber Schön, schön Läuft doch Brechstoßwirkung Lässt die Gegner bei Brechangriffen weiter wegstoßen Hierzu zählen Highhammer Lauf mit Pins und Rollern und mehr Ja Ja, ne Drohnenbatteriehäufigkeit Mehr Drohnenbatterien von Gegnern Hm Insta 2349 Jetzt alles nochmal von vorne Aua Ah Das wird echt weh Wer plattende Teile von Gegnern Drei Stück Dann schließt die Perle Drohne mit ihrem Eliminator Kurz die Porta Kurz die Portale Oh Das ist auch interessant Hm Sogar alles drei schwierig Ich überlege gerade Ich finde aber alles gerade jetzt nicht so Und in Hardcore One können sie sich nicht mal bezahlen zum Fortsetzen Oh, okay Nee, dann nehme ich glaube ich die Batterie Also Ziel ist natürlich wieder der Schlüssel zu kriegen, ne Und also natürlich das große Ziel ist selbstverständlich Bis mal ganz nach oben kommen Ja, sehr gut Ja Mach doch Danke Ja Gut Läuft Läuft, läuft, läuft Bewegungsregeneration Explosionskram Färbebodenschaden Oh, Färbebodenschaden Sehr gut Nehmen wir auch direkt Direkt 130 Ja Ich muss ja sagen Den ersten Boss mag ich leider auch immer weniger Also ich bin Ich weiß gar nicht Bin ich bei dem Nee, gestorben bin ich glaube ich noch gar nicht bei dem Aber beim letzten Mal war ich halt echt kurz davor Man muss man schon sagen Gibt es nur einer, ne Nee Und zwei Hab einen Moment, was ist der andere Ah, da hinten So Ja Okay Ich finde das gut, dass man einfach den Boden einfärben muss Und dann war es die Scheiße schon Jetzt, ähnliche Gegner gab es ja schon in den anderen Teilen Automat Wir haben echt viel Aber ich würde tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen warten Ich meine, kann man, äh, alles bis zum ersten Boss entspannt und schnell durchrennen Ja, das stimmt Die Bodenanzeige wird schneller aufgefüllt Sehr, sehr gut Nehmen wir direkt Auf und ab und es ist Hinterherrennen Auch Ja, weiß ich mal nicht Es sind sogar drei. Ja. Okay. Am Anfang geht es halt echt flott. Also merke ich ja selber. Flotti, Karotti, alles gut. Ja. Jetzt der Boss. Mhm. So. Schauen wir mal. Kugelkolossetage. So knapp. Ja. Das ist auch wirklich nur auf den Schießen, ne? Oh, shit. Das ist ein bisschen fies. Oh, sehr gut. Mhm. Ja, der rollt ein bisschen falsch. Kannst du ihn auch gerne treffen. Das wäre nett. Nein, der ist... Ah, ich habe auswählen. Egal. Ist immer alles gut. Gut. Wow. Also was mir fehlt, ich hoffe, das kommt später noch als Ding, dass wir eine Anzeige haben, wie viel Schaden die noch haben. Ich glaube, das würde mir echt gut helfen. Okay. Ich glaube, das würde mir echt gut helfen. Ah, scheiße. Mann, ich... Jedes Mal. Schutz ist weg. Gut. Ich mag so ein... Ich mag tatsächlich so ein Prinzip, so ein Dungeon-Crawler-Prinzip. Ja, sehr gut. Da war doch einer. Nein, du gehst nicht dahin. Also, dass man halt... Und das mag ich halt am liebsten an diesen. Dass du halt in die Level gehst. Danach gehst du wieder zurück. Und kannst halt deine Erfahrungs- oder was auch immer du halt sammelst, halt benutzen und damit... Und damit halt, keine Ahnung was. Ah, sehr gut. Also dich halt höher leveln. Ja, geil. Ich muss das mal schön aufklären. Ja. Ja, wir haben's. Oh, schön. Neuer Key. Mhm. Gut. So, Automat. Drohnenlader Turbo. Die Drohnenerzeige wird schneller aufgefüllt. Klicks-Generation. Die erledigen von... Nehmen wir direkt. Ja, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir schon. Die stirbt mich grad doch schon massiv. Oh, wir haben dann rausgekickt. Auch gut. Oh, ich hasse die springen dann. Ich mag es total, wie viel Schaden die einfach erleiden durch meine Tinte. Wir bringen alles schön immer drumherum einfärben. Dann schwimmen die da drum. Kriegen genug Schaden und dann muss ich nur noch ein paar Mal drauf schießen. Sehr, sehr schön. Glücks-Kombo-Toleranz. Die Drohnenerzeige wird noch schneller aufgefüllt. Färbeboden-Schaden. Oh, noch mehr Schaden vom Färbeboden. Aber extrem. Aber das lohnt sich schon. Das nehme ich auch mit. Ich habe ja gerade gesagt, wie gut so ein Färbeboden ist. Deswegen, auch wenn es jetzt extrem ist. Ich gucke mal. Aber wir können ja eigentlich von oben arbeiten. Das ist sehr gut. So wie es aussieht. Ja. Ja, wow. Wow. Oh, ich kann da runterspringen. Auch gut. Aber die auch. Wie fies. Da haben wir ein paar Bonus-Sachen hier. Nein. Die Hälfte haben wir. Hier gibt es, danke. Das ist noch ein Schutzschild, aber gut. Wir machen die Ulti. Wir machen die Ulti. Okay. 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 Ja. Ja, das sollte. Ja. Oh. Oh. Schön. Oh. 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 Sehr, sehr schön. Klickskraft. Erhört die Schaden deiner Waffe und der Perla-Drohne? Sehr gut. Aber nur auf 5%. Blendteilhäufigkeit, Färbeboden. Noch mehr Schaden. Ich will noch den haben. Das ist viel mehr. Und wie gesagt, das nutze ich gerade so hart. Ja, mal sehen, was es sonst noch so gibt. Also am besten wäre halt tatsächlich gleich irgendwas, womit ich mehr Flächen machen kann. Oh. Sogar eine Special-Runde. Alles klar. Mal kurz gucken, wo ich am besten lang gehe. Ich glaube, in die Richtung sieht ganz gut aus. Das andere Ding, jetzt fehlt mir nur noch die andere Kugel. Da. Weniger Schaden gemacht, dass ich gehofft habe. Ist okay. Weil da oben sind wir schon. So. Sehr schön. Gut, gut. Läuft. Bewegungsspezial. Da fehlt Spezialanzeige beim Bewegen. Das wäre gut. Drohnenlader-Turbo. Die Drohnenanzeige wird schneller aufgefüllt. Och, das wäre auch gut. Und Rüstungshäufe. Wenn wir Rüstung vor Gegnern. Schneller die Ulti. Ne, ich würde tatsächlich die Drohne mehr machen. Schneller die Träste. Musik. 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 Mal kurzقول. Sie sind die Träste. ARD Text im Auftrag von Funk